Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe dreht sich um den Film Just Mercy, ein Film der in einer ganzen Menge Sneak-Previews da draußen bereits gelaufen ist und genau aus dem Grund habe ich hier unsere drei sneaky Guys am Start, die eben genau diese Vorführung regelmäßig besuchen. Es waren Torben, Werner und Peter, die für uns diese Besprechung aufgenommen haben, nachdem sie den Film bereits in der Sneak-Preview sehen konnten. In den Pressverführungen sind wir hier nicht gewesen, aber ich glaube, dass ein Film, der da draußen viel interessieren dürfte, da er doch sehr hochwertig besetzt ist und ich bin gespannt, wie die Besprechung geworden ist. Im Anschluss gibt es dann ein Doppel zum Film Drive Me Home über zwei Trucker bzw. zwei Typen, die sich, sagen wir mal, besser kennenlernen. Sehr viel mehr weiß ich nicht, da müssen wir schon Peter und Christopher lauschen, die den Film für uns gesehen haben und eben auch besprochen. Das folgt dann hier an Stelle Nummer zwei. Zu guter Letzt dann noch ein Doppel zum Dokumentarfilm An das Essen. Ein Film, der mal wieder so ein bisschen unsere Essgewohnheiten in den Fokus rückt und da habe ich mit Jens und Anna natürlich zwei Experten am Start. Der liebe Jens ist nämlich auch Koch und wenn sich jemand über Essen unterhalten sollte und wenn sich hier jemand auskennt, dann auf jeden Fall er. Auch die Anna ist ja sehr belesen, hat durchaus auch vor, das eine oder andere noch demnächst zu ändern. Unter anderem will sie sich ein kleines Feld kaufen und so. Mal gucken, ob das alles Thema unserer Besprechung geworden ist oder eben nicht. Ich denke, dass es ein Film ist, der da draußen auch viele Leute interessieren dürfte. Ich freue mich auf euer Feedback, das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Genauso auch in dem Blog, den ihr findet unter tele-stammtisch.de. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob euch unsere Besprechung gefallen hat, ob ihr die Filme gesehen habt oder eben nicht. All das sind Dinge, die ich unbedingt von euch wissen will. Wie findet ihr vielleicht auch die ein oder andere Kontroverse, die sich hier aus den Filmen entspinnt? All das sind Infos, die ich unbedingt von euch brauche. Ebenso würde ich mich übrigens auch freuen, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google oder auf Podcast.de. Kann man Podcasts bewerten. Wenn ihr das tut, wäre das total knorke. Ihr könnt uns gerne auch irgendwo teilen, auf Social Media Plattformen und sonst wo. Weiß einfach mal auf den Tele-Stammtisch hin. Das ist halt unsere Reichweite und wäre total nett. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich Willkommen, guten Tag bei einer neuen Filmkritik hier beim Tele-Stammtisch. Ich bin euch nicht allein. Ich habe mir Verstärkung geheult. Neben mir sind der Torben und der Werner. Und wir werden heute das Drama Just Mercy besprechen. Der läuft ab dem 27. Februar in den Kinos. Ist ein Justizdrama, schrägstlich auch ein Biopic, denn es beruht auf einer wahren Geschichte. Der ist ab zwölf Jahren freigegeben, geht knappe zwei, ein Viertelstunden. Und Destin Daniel Cretton. Destin Daniel Cretton ist der Regisseur. Der ist jetzt noch nicht so bekannt. Der wird aber zumindest im neuen Marvel-Film Shang-Chi-Regie führen. Vielleicht kennen den der ein oder andere von dem zukünftigen Projekt. Mit dabei sind unter anderem Creed-Star Michael B. Jordan, Jamie Foxx, den vermutlich auch jeder kennt. und Captain Marvel-Star Brie Larson. Und wir werden das Ganze jetzt besprechen. Und ich würde mal sagen, Torben führt uns mal in die offizielle Handlung ein. Ja, hallo zusammen da draußen. In der Sneak haben wir alle drei zusammen gesehen diesen Film. Unterschnittliche Sneaks zwar, aber zum Glück haben wir ihn in der Sneak gesehen. Weil sonst, glaube ich, hätte ich ihn nicht gesehen aus freien Stöcken. Einfach weil solche Filme selten bei mir auf dem Schirm stehen. Nichts gegen gutes Justizdrama, aber die gucke ich mir dann doch lieber... daheim an, wenn ich die Ruhe habe, aber nicht freiwillig im Kino. Da ist dann mein Fokus anders. Dennoch, Just Mercy, worum geht's? Die Handlung spielt in Alabama. Und es geht um den jungen, vielversprechenden Anwalt Brian Stevenson, der auch real existiert hat. Der hier die literarische Vorlage zu diesem Film beigesteuert hat. Und er startet seine Arbeit und hat sich vorgenommen, vor nämlich den Armen bzw. der schwarzen Bevölkerung seine Hilfe zugutekommen lassen. Weil diese sind nämlich oft zu arm oder haben nicht die finanziellen Mittel, um sich Hilfe von außen holen zu können. Und dabei geht's um den jungen, schwarzen Holzfäller namens Walter McMillan. Der ist dann Stevenson's Mandant. Und der bekommt einen grausamen Mord angehängt, für den jedoch stichhaltige Beweise fehlen. Für die Anklage steht's von Anfang an fest, Opfer war weiß, Täter war schwarz. Und damit ist für die Staatsanwaltschaft die Sache klar. Das Ganze sieht schon sehr abstrus aus für Stevenson. Denn auf den ersten Blick merkt er ziemlich schnell, dass hier vornehmlich Beweise nicht nur gefälscht, sondern auch ignoriert wurden. Also Entlastungszeugen wurden hier bewusst ignoriert und Falschaussagen wurden hier unter Druck der Regierung erbracht, sodass Walter McMillan im Todestag landet, wo er mit anderen Häftlingen, unter anderem O'Shea Jackson Jr., das ist der Sohn von Ice Cube, und Rob Morgan nun seinem Schicksal hart. Und diese warten leider nun auf ihre Todesstrafe. Und da wird's teilweise auch sehr persönlich und geht auch eine sehr dramatische Richtung, die hier und da auch eine kleine Sache aus Green Mile nicht außer Acht lässt. Ich denke mal, die es gesehen haben, wir werden verstehen, was ich meine. Richtig, okay. Weil ich denke, das reicht so als groben Einstieg. Da ist die Handlung ja relativ gut jetzt erzählt worden. Zu Beginn muss man jetzt sagen, die Geschichte an sich spielt eigentlich zu größten Teil auch im Todestrack selbst. Und da ist natürlich auch der Vergleich zu Green Mile relativ entscheidend. Fandet ihr das jetzt persönlich? Auch sehr interessant, mal die Insassen davon genauer zu beleuchten beziehungsweise sie gröber darzustellen, was das eigentlich für Menschen sind. Also ich fand es ziemlich gelungen, wie es der Film hier gemacht hat. Da gab es ja mehrere Insassen, die eine größere Rolle spielen, die wir regelmäßig sehen. Und auch wenn sie jetzt nicht bis ins kleinste Detail eingeführt werden, so baut man doch ziemlich schnell eine Verbindung zu den anderen Insassen auf. Und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall angetan gewesen von denen. Ja, also ich fand auch, dass man hier eine relativ schnelle emotionale Bindung an diese Person hatte. Die sind jetzt zwar nicht von Anfang an mit dabei, weil zum ersten Teil, also sprich die erste halbe Stunde, da muss sich erst mal die Sache entwickeln, dass Michael B. Jordan als Stevenson, heißt er glaube ich im Mitnachnamen, erst mal seine Kanzlei entwickelt. Und da ist unter anderem dann auch die Captain Marvel-Darsteller und Pree Larson dann mit an Bord, die ja im Grunde das, wie kann man das sagen, als ehrenamtliche Tätigkeit aufnimmt zuerst einmal. Aber diese Kanzlei, die entwickelt sich ja nach und nach und will dann Betroffenen, Personen, die teilweise auch ungerechtfertigt im Knast sitzen oder im Todestrakt helfen. Und ich denke mal, das ist auch ein relativ bewegendes Thema. Genau, also diese Anwaltskanzlei, die Anwaltskollegin heißt Eva Ensley oder Eva Ensley, je nachdem wie man es ausspricht. Richtig, Eva Ensley. Sie gründet zusammen mit Stevenson und diese Kanzlei zeichnet sich vornehmlich dadurch aus, dass sie nämlich diese Fälle fast nur überspenden oder zumindest soweit es möglich ist aus eigener Tasche bezahlt, um damit der armen Bevölkerung, soweit es nur geht, wirklich diese finanzielle Last abzunehmen. Und die gab es auch wirklich, was heißt gab es, die gibt es auch noch. 30 Jahre schon oder über 30 Jahre kämpfte oder kämpft diese Kanzlei für die Rechte der schwarzen Bevölkerung, von denen viele eben aufgrund von gewollten Justiztümern beziehungsweise aus böswilligen juristischen Gründen nun inhaftiert sind. Ich weiß, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich habe mal so ein Interview jetzt gesehen von Stevenson, der irgendwie meinte, jeder Zehnte wäre davon betroffen und auch Jamie Foxx hat auch gesagt, er wohnt in Texas oder hat da lange gelebt und es war für ihn große Belastung damals, wo er noch nicht so bekannt war, dass er quasi nur sein eigenes Zuhause hatte, wo er selbst sein konnte und draußen musste er halt auf zig Sachen achten, weil überall gab es diese Stolperfallen, sag ich mal, und auch Stevenson klagt das mehrmals an und das sieht man auch in diesem Film, es ist wirklich auch sehr gut gespielt, man sieht den Leuten gerade in diesem Todestrakt diese Angst an und diesen Konflikt und diese Ungewissheit, kommt jetzt noch was, werde ich hier wieder nur mit schönen Worten und Versprechungen gelockt oder habe ich diesmal echt Hilfe zu erwarten? Ja, man muss auch bedenken, dass viele Figuren in dem Film eigentlich schon abgeschlossen haben, also vor allem ja auch Jamie Foxx, seine Figur, die hat sich wirklich damit abgefunden, dass sie jetzt im Todestrakt sitzt und dass sie bald auf ihr Urteil wartet und das, obwohl sie im Endeffekt nicht schuldig ist. Absolut. Also allein dieses Szenario, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja nicht alltäglich, in Deutschland haben wir ja ein relativ gutes Rechtssystem, aber in den USA, vor allem jetzt denke ich mal in den Südstaaten, da ist das teilweise auch noch, ich würde mal sagen, traurige Praxis, dass hier oftmals auch unschuldige Schwarze auch in die Rolle von einem Verbrecher gestellt werden, also quasi in eine Schublade mit anderen Kriminellen gesetzt werden, obwohl sie wahrscheinlich relativ normale Bürger sind. Ja, und das meiner Meinung nach macht viel bei diesem Drama hier aus, einfach wenn du weißt, dass es, ja mal blöd gesagt Alltag ist, dass es wirklich solche Fälle gibt und dementsprechend hat man auch ziemlich schnell einen Bezug zum gesamten Film. Wenn man ja jetzt nicht unbedingt von der Thematik abgeneigt ist, dann packt es einen auch ziemlich schnell, eben weil das so realitätsnah ist. Ja, zur Thematik selbst muss ich jetzt auch noch sagen, also als ich den Film gesehen habe, die ersten Minuten dachte ich halt wieder, das ist wieder so ein Schwarz-Weiß-Culture-Clash mit ständigen rassistischen Anfeindungen, das war es jetzt allerdings nicht. Es gab natürlich hier und da ein paar Szenen, wo natürlich wieder die Polizisten ein bisschen gewalttätiger wurden, da ist auch dann mal kurz Michael B. Jordan als Hauptfigur betroffen und merkt erst mal, wie die Situation eigentlich ist. Man muss jetzt allerdings sagen, dass jetzt dieser gängige Culture-Clash, wie man ihn aus anderen Filmen kennt, jetzt hier nicht die vorläufige Praxis oder die hauptsächige Praxis, sondern das ist eigentlich nur eine Nebennotiz. Weil eigentlich erzählt dieses Drama eine sehr interessante Gerichts-Story und die ist eigentlich noch sehr interessant im Nachgang. Durchaus, gerade für, ich weiß jetzt nicht, wer den Film gesehen hat, aber ich als Liebhaber von Klassikern habe mich sofort, und in dem Film gibt es auch mehrere Anspielungen drauf, auf den Klassiker Wer die Nachtregal stört mit Gregory Peck, erinnert gefühlt. Und das Schlagwort wird auch zwei, dreimal aufgegriffen, weil der Fall ähnlich ist. Ein Schwarzer sitzt zu Unrecht im Knast und ein weißer Anwalt nimmt die Sache in die Hand und tut alles nur erdenklich Mögliche, um die Unschuld dieses Mannes zu beweisen. Hier ist es eben Stevenson, der quasi diesen Fall aus seiner Sicht neu erlebt. Ähnliche Brisanz. Ich weiß jetzt im direkten Vergleich, ich müsste jetzt Just Mercy aber nicht scheuen für diesen Film. Im Gegenteil. Die meisten, wenn wir die Nachtregal stört, eh nicht gesehen haben. Aber wer sich dafür interessiert, dem sei dieser Film empfohlen durchaus. Und ich muss dir auch recht geben, es gibt zwar die ein oder andere Schwachstelle, wo es ein bisschen hier und da mit Klischees spielt, der immer böse Sheriff, dem nichts zu schade ist, um der immer guten Rechtsprechung oder der guten, ehrlichen Ermittlungsarbeit der guten Seite hier Steine in den Weg zu legen oder der aalglatte, widerliche Staatsanwalt, der sich hier windet wie ein Wurm. Diese Sachen gibt es klar, aber man braucht auch diese etwas klassischere Schwarz-Weiß-Zeichnung schon, gerade in so einem Film. Sonst verliert man den Zuschauer ab, wenn es dann zu verkopft wird. Und daher ist dieses Stilmittel sei ihm locker verziehen. Es wird ja relativ eindeutig in Szene gesetzt. Sagen wir mal, da gibt es diese eine Szene mit dem damaligen Sheriff, oder ich weiß nicht, wie man das da jetzt genannt hat, der relativ schnell den Entschluss gefasst hat, der ist auf jeden Fall schuldig. Und da wird vor allem durch Mimik und Gestik, glaube ich, schnell dem Zuschauer vermittelt. Das sind auf jeden Fall, man kann das schwer ausdrücken, eigentlich sind es keine reinen Antagonisten, aber es sind halt schon die, wenn man es einfach ausdrücken will, die Bösewichte in dem Film. Und die werden relativ schnell da in diese Ecke gedrückt. Man muss jetzt sagen, für mich vielleicht ein bisschen zu einfach gehandhabt, das Ganze. Aber wie du schon gesagt hast, das braucht man irgendwie, damit wir uns vielmehr mit den Hauptprotagonisten im Film, gespielt von Michael B. Jordan, auseinandersetzen. Und ich finde, das ist auch relativ gut gelungen. Selbst wenn man jetzt hier die Weißen teilweise etwas zu eintönig zeichnet, wird, aber für die damaligen Verhältnisse einfach auch realitätsnah, wenn man das so bedenkt. Ja, ich glaube, das ist gerade ausschlaggebend, weil wenn es halt eben so war, dann muss es der Film eben auch nicht unbedingt ändern, nur damit es anders ist. Also deswegen sehe ich da ehrlich gesagt auch gar kein Problem, weil, wie gesagt, wenn es so war, wozu ändern? Ja, also ich weiß es auch nicht zu 100 Prozent, wie das dann im späteren Gerichtskampf, wie das so eins zu eins in den Film eingeflossen ist. Da wird man bestimmt schon ein paar dramaturgische Punkte für den Film extra hineingedichtet haben. Das ist ja ganz normal. Klar. Bestimmt. Gerade die Bro-Fist am Schluss in deinem Wasserglas. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es so in der Form zustande gekommen ist. Aber gut, ist ja jetzt auch nur eine Nebensache. Aber auf jeden Fall hat mir die Szenen ja auch relativ gut gefallen. Auf jeden Fall verliert er nicht wirklich an seiner Ernsthaftigkeit. Man muss ja bedenken, es gibt solche Fälle nach wie vor, dass halt wirklich Leute zu Unrecht in den Todestrakt sitzen und das ist ja auch wirklich die Hölle auf Erden, kann man sich das vorstellen. Also man hat da wirklich isoliert in einem Gefängnis, also es ist ja kein gängiges Gefängnis, sondern man ist da wirklich isoliert von der Außenwelt, kriegt dann vielleicht mal alle zwei Wochen Besuch von irgendjemandem, egal ob das Familie, Freunde oder so sind. Und ja, dann ein Gespräch für zehn Minuten mit denen. Das war's. Und ich finde diese Isolation, die diese Häftlinge fühlen. Und wie das an der Psychenakt, das fand ich auch noch ein Randthema, das hat ja auch ein bisschen der Film mit sich geführt, neben der ganzen Gerichtsstory, die fand ich sehr prägnant und auch eindringlich letztendlich, weil ich konnte mich da auch wirklich in diese Person, in diese Figuren reinversetzen und hab mir dann gedacht, wie stelle ich mir das vor, wenn ich da wirklich isoliert in so einer Zelle hocke und eigentlich darauf warte, dass ich irgendwann hingerichtet werde. Also völlig surreal, so eine Vorstellung, aber wirklich auch eindringlich. Vor allem in dem Film sind die Zellen auch ziemlich nah an dem Raum, wo die Menschen ja dann getötet werden. Und das macht es meiner Meinung nach dann halt eben noch intensiver, weil du weißt, okay, ich bin hier nicht nur an dem Ort, wo das passieren wird, sondern ich bin quasi direkt daneben oder in der Nähe. Und das hat dann auch noch so einen Zusatz mit reingebracht, das noch mehr, was die ganze Sache noch verschlimmert hat. Ja, da erinnere ich mich vor allem an die Szene mit Herbert, weil er ist ja eigentlich von den Todeskandidaten in diesen Zellen eigentlich derjenige, wo jetzt gerechtfertigt da drin hockt, weil er hat ja auch seine Schuld öfters mal im Film beteuert, er bereut auch seine Tat zu sehr. Und er ist halt derjenige, wo dieses Schicksal auch trifft und wo halt dann auch dieses mahnende Beispiel dann ist an die anderen. Und wie du schon gesagt hast, die Zellen sind direkt neben dieser, neben dem elektrischen Stuhl. Und man muss sich das ja vorstellen, wenn du da in der Zelle hockst und das mitbekommst, wie da einer deiner Freunde, ich sag jetzt mal makaber, gegrillt wird, zu gut Deutsch, dann hat das schon wirklich einen bleibenden Schaden, hätte ich mal gesagt. Vor allem auch auf den Zuschauer meiner Meinung nach macht es wirklich Eindruck, weil man kriegt die Szene ja auch mit. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall wird die Szene ja nicht einfach nur im Hintergrund irgendwie abgearbeitet, sondern man ist als Zuschauer da mit dabei und das war eine der unglaublichsten Szenen seit langem. Also wie man das dargestellt hat, wie man das rübergebracht hat. Also der Film ist gerade an solchen Stellen dann wirklich harte Kost, nicht nur aufgrund der Thematik und der Geschichte, sondern eben auch aufgrund der Inszenierung. Der geht mehr als nur einmal unter die Haut der Film. Ja, Torben hat auf jeden Fall ein richtig gutes Beispiel vorhin schon gebracht mit der Green Mile, da gab es ja auch so eine Szene. Ja, das ist aber wirklich den Darstellern geschuld. Also Herbert, gespielt hier von Rob Morgan, spielt einen Kriegsveteranen, Vietnamkrieg, der, wie du schon vorhin sagtest, korrekt zu Recht in dieser Zelle sitzt und der hier wirklich Qualen durchleitet, der, gerade wenn die, gerade wenn diese drei Häftlinge auf engstem Raum, zwar in ihren Einzelzellen, aber direkt nebeneinander untergebracht sind. Die können ja spielen, wie sie wollen, aber die Kunst ist es, den Zuschauern zu vermitteln, dass die halt so viel Zeit miteinander verbringen, dass die untereinander sich sehr, sehr gut kennen und diese Todesangst miteinander auch teilen und wie die miteinander diese Angst zu helfen, versuchen zu bewältigen. Also wenn sie da, wenn Herbert ein paar Mal zusammenbricht und nicht mehr weiter weiß. Da stehen die gleich bei. Genau, und sie stehen ihnen halt bei, so gut es geht, obwohl sie halt wissen, es gibt für diesen armen Hund wahrscheinlich nichts mehr, was sie tun können, aber das kriegt der Zuschauer vermittelt, diese Nähe, dass die wirklich da drin sind und füreinander versuchen da zu sein, dass die bis zum Schluss sagen, ey, du bist nicht allein, wir sitzen da zusammen drin, wir sehen uns auf der anderen Seite und da ist es eh viel schöner. Richtig. So doof das jetzt klingt, aber das sind ja diese Durchhalteparolen, was willst du auch anders sagen, wenn du erst mal in dem Truck talkst? Da kannst du ja nicht wirklich viel mehr Hoffnung draus sitzen. Aber da lebt der Film wirklich von seinen guten Schauspielern und da an solchen Punkten, der wirklich meiner Meinung nach voll und ganz, da hat man mit jedem einen guten Griff getan. Das hat mich sehr beeindruckt, hat mich auch sehr gefesselt, muss ich sagen. Wobei mir da wiederum ja, ein kleiner Fehler oder was heißt ein kleiner Fehler, eine kleine Schwäche vom Film aufgefallen ist und zwar die Vermittlung von der Zeit. Du kriegst im Film nicht richtig aktiv mit, wie lange sind die jetzt da schon zusammen? Sind es Wochen, Monate, Jahre und so etwas? Du hast in dem Film kein richtiges Zeitgefühl und erst, wenn der Film vorbei ist und am Ende so noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu kommen, wird dir als Zuschauer vermittelt, wie lang die jetzt schon da drin waren. Also das war so ein kleiner Schwachpunkt an dem Film, den ich nicht ausblenden konnte. Ja, das hat definitiv an manchen Stellen dann doch gefehlt, inwieweit dieser Gerichtsprozess denn auch fortgeschritten ist. Man bekommt halt nur gesagt, er ist jetzt erst in der Periode, wo er an das städtliche oder an das örtliche Gericht geht, dann geht er mal in das Gericht von Alabama, also das staatliche und da ist dann natürlich auch schon ein bisschen mit der Gerichtsbarkeit ein bisschen anders, also sprich, da sieht man das ein bisschen neutraler. Er bekommt aber auch durchweg den Eindruck vermittelt, dass sowie die Staatsanwaltschaft auch als auch die Gerichtbarkeit in dem Ort selbst, wo das jetzt spielt, ich habe den Namen vom Ort jetzt nicht mehr so im Kopf, aber dass die da halt wirklich schon so den Entschluss gefasst haben, ja, der Schwarze, der ist definitiv schuldig und da ist uns auch die Beweislast völlig egal, weil man muss auch bemerken, dass bei diesem Fall ja die Beweislast ja relativ schlicht ist, also sie ist teilweise auch nicht gegeben, was ich zudem sehr für die betroffene Person, wo ich jetzt im Knast sitze, sehr ungerecht halte und dass diesen Eindruck, den vermittelt man bis zu der nächsten Gerichtsanhörung sehr, sehr gut, finde ich. Also man kriegt da richtig Angst mit dem Häftling, mit der Ausweglosigkeit, die er dann letztendlich da bekommt. Also ich würde das Ganze ein bisschen sogar weiterspannen und das generell beim Film behaupten, dass da von vorne bis hinten alles richtig gut rübergebracht wird, also von dem Zeitfaktor abgesehen, wird im ganzen Film einfach alles richtig stark gemacht. Das kannst du so breit treten, sage ich mal. Ja, ein Kumpel von mir hat ja gesagt, also der geht ja auch immer mit in die Sneak Previews, dass er jetzt seit langem eigentlich so einen Film hatte, der ging ihm richtig an die Substanz und er hat sich da auch ein bisschen zurückhalten müssen, weil das ihm so emotional mitgenommen hat, dass er fast angefangen hat zu weinen, weil man hat diese, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese Ausweglosigkeit, die spürt man kontinuierlich in diesem ganzen Film und das macht einen durchweg eigentlich betroffen. Ja, das mit den Tränen, das habe ich bei meinen Nebensitzerinnen auch zu hören bekommen, um das mal so zu sagen. Also da war dein Begleiter nicht allein. Ach so, ja. Ja, also man muss halt sagen, also mein Begleiter ist eigentlich schon ein hartes Eisen, wenn es um Filme geht, aber der hat halt sowas in der Form jetzt in letzter Zeit eigentlich nichts gehabt, also dass er halt wirklich so an die Substanz gegangen ist, dass er so mitgefühlt hat mit den Charakteren und wer jetzt so wie ich viele Jamie Foxx-Filme auch gesehen hat, der muss auch sagen, Jamie Foxx liefert dir eine super Leistung ab, weil ich habe in letzter Zeit eigentlich nicht so viele tolle Filme mit ihm gesehen, wenn ich ehrlich bin. Das Letzte, was ich von ihm gesehen hatte, war Robin Hood. Ja, gut. Und ironischerweise auch den in der Sneak Preview damals. Ach so. Der war, glaube ich, sogar für die Goldene Himbeere nominiert, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Aber völlig zu Recht auch. Ja. Aber auf jeden Fall super Leistung für ihn. Michael B. Jordan, ich bin kein Fan von ihm, aber ich sage mal, auch er, tolle Leistung. Ich muss zugeben, ich war auch nie der größte Fan von ihm, aber dieser Film hat ihn wieder einen Schritt nach vorne gebracht bei mir. Also ich mochte ihn in der Vergangenheit, also gerade so Creed oder auch in Black Panther hat er mir gefallen. Er hat bisher immer gut abgeliefert, aber hier in dem Film hat er mir dann doch irgendwie noch mehr gefallen. Also absolut super, muss ich sagen. Mir hat er wirklich top gefallen. Vor allem ist seine Rolle halt auch wirklich sehr gut durchdacht, also sehr, sehr breit gefächert, also im Vergleich zu seinen anderen Rollen, weil bei den anderen Rollen, ja, Creed super ist ein Boxer, ist dann der große Nachfolger von Sylvester Stallone in dem Fall und das war es eigentlich. Aber hier hat halt wirklich einen Charakter, der sehr, sehr detailliert beschrieben ist und der auch sich für eine Sache einsetzt, wo ich sage, das ist wirklich auch inspirierend für den Zuschauer, weil mit so einer Konstanz und mit so einer, wie soll man dann sagen, mit so einem Charisma an diese Sache ranzugehen, das ist halt schon wirklich stark, muss man sagen, auch für die reale Person dahinter, dass man sich wirklich für so eine Sache einsetzt und auch im Einklang mit seinem Geld, also wie jetzt nicht das große Geld scheffeln, sonst hätte er sich wahrscheinlich einen anderen Staat gesucht, wo er die Fälle vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt ist. Nein, er sucht sich genau den Staat aus oder einen von den Staaten, wo diese ganze Sache ein bisschen problematisch ist und das finde ich sehr inspirierend in dem Fall. Ja. Durchaus, also definitiv. Michael B. Jordan, den merkt man an, dass der Junge nach oben will. Panther und Creed waren zwar solide von ihm gespielte Rollen, aber jetzt nicht das tiefste Kino. Das ist eine Comicverfilmung, wo er halt den Antagonisten spielt und Marvel-Bösewichte sind ja immer so eine Sache für sich. Gibt's relativ wenig Interessante von. In Creed hat er gezeigt, dass er es auch kann. Das war allerdings auch nicht so, also sie wurde ihm gut zugeschrieben von Stallone, aber hier zeigt er, dass der, hier zeigt der Junge definitiv, dass er das Format hat, Charakterrollen zu spielen und dass er da noch ein bisschen was zu tun hat. Aber das war ein sehr guter Einstieg für ihn. Also da haben wir mal die Dinge, die darauf hinzukommen. Also ich freue mich da wirklich drauf, mehr von ihm zu sehen. Da bin ich jetzt echt gespannt, was der uns in Zukunft noch bringen wird. Ja, vor allem jetzt auch noch die letzte im Bunde, Pree Larson. Weiß ich ja auch von Werner, dass der jetzt nicht so überzeugt von Captain Marvel damals war. Weiß ich auch nicht, wie gesagt. War auch nicht mein Film. Okay. Also ich fand den Film ja damals relativ solide, eine solide Origin-Story einigermaßen hatte so seine Schwächen. Pree Larson wird halt immer dieses eintönige Charakter oder Schauspiel da beigelegt. Das ist halt meine Frage. Fandet ihr das im Film jetzt auch so oder war das jetzt hier so ein bisschen besser? Ja, also ich sag's mal so, der Film hat ihr jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit gegeben, es hier viel besser zu machen. Einfach, weil sie eben doch größtenteils nur ein Nebencharakter ist und im Hintergrund agiert. Das, was sie zu tun hat, das macht sie solide. Aber mehr kann man da, glaube ich, nicht zu sagen in ihrem Fall jetzt hier. Sehe ich auch so. Der Film liegt ja nicht ihren Fokus auf sie direkt. Sie hat kaum Screamtime im Vergleich zur Haupttatenlung. Ja, richtig. Sie ist eher nur Beiwerk. Man kann ihr echt sogar noch sagen, dass sie vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Weiß nicht, wie fern ihre Rolle jetzt in dem realen Vorfall wirklich eine tragende war. Aber das, was sie hier zu tun hat, macht sie durchweg solide. Da kann man nichts sagen. Ja, also diese Eva Ensli, welche sie ja verkörpert, die ist ja heute noch in dieser Kanzlei tätig, muss man ja auch dazu sagen. Also Hut ab vor so einer Leistung, das ist Wahnsinn eigentlich. Also solche Menschen braucht man einfach, wo halt sich für eine Sache so sehr einsetzen, dass sie halt auch teilweise ihre eigene Existenz aufs Spiel setzen. Absolut. Solche Menschen brauchen wir öfters. Hätte ich jetzt mal gehofftet. Und wenn du gerade dabei bist, solche Filme brauchen wir auch öfters, wenn ihr mich fragt. Also sowohl inhaltlich als auch qualitativ würde ich gerne mehr solcher Filme sehen. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also solche Filme, wo einen auch bewegen, unter die Haut gehen, braucht man. Und wie ich auch schon vorhin gesagt habe, also es ist nicht so diese, ja, diese 0815 Culture Clash, wie man ihn aus anderen Filmen kennt, der mir jetzt auch mittlerweile in den letzten Jahren eigentlich so sehr in ihren Filmen aufs Auge gedrückt wird, wo mir auch ein bisschen auf die Nerven geht. Das ist ähnlich wie bei Bombshell, wo mir halt... Den fand ich gut. Ja, ich fand den auch gut, aber ich fand halt, dass diese Thematik zwischen, ja, die Frauen werden so unterdrückt und jetzt brauchen wir immer diese starken weiblichen Hauptrollen und so und da gibt es auch diese Adventure-Szene. Wie eine Captain Marvel. Ja, das sind halt so diese, dass Hollywood einem das jetzt so sehr aufs Auge drückt, dass wir unbedingt starke weibliche Rollen brauchen, das finde ich halt so, das nervt so langsam und auch bei diesem Schwarz-Weiß Culture Clash fand ich auch mittlerweile der Drops ist ausgelutscht. Aber hier, Just Mercy, kann man sich auf jeden Fall geben, ohne dass man diese Thematik immer im Kopf behält. Ja, mit ganz wenigen pathetischen Ausnahmen schafft der Film es wirklich prägnant, seine wichtigen Punkte gut und spannend darzubieten. War ein gutes Autorenkino. Drehbuch, kann man nichts sagen, wurde hier, ich nehme mal an, also Brian Stevenson hat mit Sicherheit am Set dabei gesessen, Van Destin, Daniel Cretton und Andrew Lenham heißt, glaube ich, der andere über diesen Berg gebrütet haben, hat der mit Sicherheit auch nochmal da mit seinem Argos Augen drüber geschaut. Ja, aber so bringt man solche Mammutwerke, die man auch niemals lesen würde, kurz und fesselnd auf den Punkt und schafft es eigentlich, das zu sein, was er will, weil unterm Strich ist ja egal, woher es kommt, aber unterm Strich wollen wir alle nach diesen fast zweieinhalb Stunden einen guten Film gesehen haben und den haben wir auf jeden Fall gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade bei der Laufzeit muss man sagen, ist sie mir ehrlich gesagt nie negativ aufgefallen, also der Film geht, wie du gesagt hast, über zwei Stunden und ich habe nicht ein einziges Mal auf die Uhr geguckt im Kinosaal. Ja, ich auch nicht, also durchweg unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, definitiv. Im Vergleich zum letzten Mal, Peter, da lief was ganz anderes, da hast du dann ein bisschen öfter auf die Uhr geguckt. Redest du jetzt von Waves? Ja, das kann sehr gut sein. Ja, also da bin ich immer gespannt, wenn wir da unseren nächsten Podcast raushauen zu diesem Film, was das für eine Review wird, also die wird auch relativ ein, ich habe das Wort öfter gesagt, aber die Review wird auf jeden Fall eintönig, eintönig negativ auf jeden Fall. Und gerade deswegen wahrscheinlich sehr unterhaltsam, glaube ich. Wahrscheinlich, das glaube ich auch. Letzter Punkt, was ich jetzt vielleicht noch habe, ist nämlich, dass dieser Film, der wird ja auch speziell den Leuten gewidmet, die jetzt auch bei diesen Geschehnissen ja live eigentlich dabei waren, unter anderem auch diesem Macmillan, der ja zu Unrecht einige Jahre wirklich im Todestrack gesessen ist. Und der ist ja auch verstorben, also er lebt nicht mehr. Und da finde ich es auch schön, dass diese Personen auch im Nachgang nochmal schön präsentiert werden. Die kriegen dann, wie man es so kennt, im Abspann dann ihr Porträt gezeigt und was sie so gemacht haben in der Zeit und was alles so passiert ist. Ich finde es halt schade, dass dieser Mann also durch die Nachwirkung von Todestrack letztendlich gestorben ist. aber das ist halt auch wirklich etwas, ja, im Todestrack sitzen, das ist halt wirklich nicht schön und ich vermute auch, dass es wirklich am Körper nagt. Definitiv. Und dieser von Oshir Jackson gespielte, die Rolle habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber der war tatsächlich 30 Jahre in diesem Todestrack und das ist Wahnsinn. Also das muss man sich mal vorstellen. Da wird einem wirklich Angst und Bange zumute, dass man mal in so einer Situation kommt. Also wow, also das möchte ich so nicht erleben. Ich vermag mir gar nicht vorzustellen, wie das mir zum Beispiel ergehen würde. Ich glaube, ich vermag sich keiner vorzustellen. Das ist aber auch so krass, dass das im Nachhinein immer erst zu spät rauskommt. Also jetzt erst kommt so ein wichtiger Film raus, jetzt erst werden solche wichtigen Themen auch abgehandelt. Ja, ja. Während auch, ich weiß jetzt nicht, ob er hier direkt war, aber der Autor Stevenson hat gesagt, ich weiß ja nicht, ob er hier direkt jetzt war, aber er bewundert zum Beispiel Deutschland, dass die so offen mit ihrer Vergangenheit umgehen und dass so viele Denkmäler und Tafeln an den Holocaust und diese Kriegsverbrechen erinnern, während in den USA dieser ganze Rassismus nahezu unter den Teppich gekehrt wird. Auch diese ganze Sklaverei, die Vorgeschichte mit den Indianern, gut, das ist ein anderes Thema, aber er bedauert das wirklich, dass diese Konflikte in den amerikanischen Schulen, in den amerikanischen Verhandlungen, dass die im Verhältnis praktisch nicht präsent sind und das ist unter den Tisch gekehrt werden. Ja, ein ganz großer Makel, definitiv und da hat er absolut recht und es ist unglaublich, dass allein die Todesstrafe, dass es sowas eben noch gibt in einem zivilisierten Land, aber gut. Richtig, richtig, Ja, man muss auch noch überlegen, dass die Demokratie in den USA, die gibt es ja eigentlich schon länger als in Deutschland, also da muss man sich ja mal, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir als, sag ich mal, 80 Jahre Demokratie, wie wir sie kennen, im Grunde einen besseren Rechtsstaat haben als die USA, die das ja eigentlich schon viel länger kennen und das macht mich schon auf gewisse Weise auch traurig gegenüber dem amerikanischen Rechtssystem, weil da halt, wie es in diesem Film auch sehr gut unter Beweis gestellt wird, dass hier Leute zu Unrecht im Knast sitzen und auch zu Unrecht im Todestrakt und wahrscheinlich auch zu Unrecht auch hingerichtet wurden. Ja, das ist traurig. Mit Sicherheit, ja, bestimmt. Und auch gut, dass es dieser Film dann offen auch anspricht. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Punkte, wo wir noch aufgreifen können oder sollen wir mal zum Fazit kommen? Ich hab nichts mehr. Ich denke, wir können die Punkte im Fazit abarbeiten. Okay, wer will zuerst? Ja, mach ich gerne, also, ich fand den Film absolut fantastisch. Also, er hat mich von vorne bis hinten gepackt, nicht mehr losgelassen, ist unter die Haut gegangen, war spannend, war dramatisch, war super gespielt und man kann ihm vielleicht ein bisschen so die Lauflänge ein bisschen vorwerfen und dass er ein bisschen vorhersehbar ist, was allerdings eher mehr in der Natur der Sache liegt als am Film. Deswegen bekommt der Film von mir 4,5 von 5 Sternen, ist eine riesige Empfehlung für meiner Meinung nach jeden und deswegen bleibt mir nur zu sagen, schaut ihn euch an. Okay, also dann mach ich mal weiter, auf jeden Fall, da kann ich mich wirklich nur anschließen. Der Film ist inspirierend, der greift etwas auf, was man so jetzt nicht so häufig sieht. Die Sache im Todestrakt, die ist wirklich durchweg faszinierend und beängstigend zugleich. Wir haben super Charakterdarsteller, wir haben einen Jamie Fox, der mal wieder richtig auftrumpft, gut eine Puy Larson, die hat jetzt nicht so viel Screentime, aber ich fand sie auch dann relativ überzeugend und für über 2 Stunden absolut fesselndes Drama, das auch mal zeigt, dass so ein Gerichtskampf auch interessant gestaltet werden kann und der auch wirklich unter die Haut geht. Von mir gibt es dann auch 4,5 von 5, ich kann ja nicht sagen, Justiz-Wagschalen oder sowas, weil eigentlich spricht ja der Film für die gerechte Sache und hiermit auch eine große Empfehlung von mir. Ja, von mir auch, der Film punktet mit einer superdichten Story, mit einer gut aufgenommenen Vorlage, würde ich mal behaupten, mit einem fantastischen Cast, der hier konsequent wunderbar abliefert, der hier sowohl die Todesangst als auch diese Klaustrophobie in den Todesträkten, aber auch die Dramatik nicht zu kurz kommen lässt und einen locker über die fast zweieinhalbstündige Filmdauer hinweg trägt. Ein paar Kritikpunkte gibt es, die habe ich ja auch schon ausgeführt, die haben wir auch schon ausgeführt, deswegen gibt es einen kleinen Abzug, aber ich gebe ihm auch eine solide, dicke 4 von 5 Sternen. Okay, wunderbar. Also alle über 4, ist der Raum nicht schlecht. Kurz vor einem Meister, der hätte ich gesagt. Auf jeden Fall, jetzt könnt ihr noch ein bisschen was über euch plaudern, über eure Projekte oder was ihr sonst noch so macht. Werner, willst du vielleicht wieder anfangen, wir sind immer gerade in dieser Reihenfolge? Also mein persönliches Projekt, das wird noch ein bisschen dauern, ich werde einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen im Laufe des Jahres, jetzt kommt bei mir ja schon mal der Umzug, aber worüber ich kurz reden möchte, ist der nächste Podcast und zwar werden wir ja wie gesagt über Waves sprechen, der Peter und ich. Oh ja. Und da kann ich nur sagen, Leute, schaltet auf jeden Fall ein. Ich kann mir jetzt schon ungefähr ausmalen, wie es da abgehen wird und das wird nicht nur für uns ein Riesenspaß, sondern sicherlich auch für die Zuhörer. Auf jeden Fall. Genau, also. Waves. Also der macht auch eine Schauempfehlung, ganz klar, oder wie? Für unseren Stammtisch, ja. Für den Film selber, da sage ich mal nichts dazu. Okay. Filmempfehlung, die sprechen wir ja dann aus, wenn wir die Review gemacht haben, aber ich denke, diese Filmempfehlung wird jetzt nicht so groß ausfallen. Auf jeden Fall mich, findet ihr auf movieclubcharmany.de, da gibt es natürlich, wie üblich, alles über Filme und Serien. Gibt nichts sonderlich Neues, ich habe jetzt aktuell noch keine wirklich neuen, sage ich mal, Themen, über die ich spreche. Wie gesagt, die aktuellen Filmkritiken gibt es unter anderem jetzt auch zu Just Mercy will ich jetzt dann gleich verfassen und auf jeden Fall neue Trailer, wie immer. Alles beim Alten geblieben letztendlich. Ja. Ja, abschließend wollte ich noch kurz sagen, große Projekte habe ich zwar nicht am Start, so wie hier, außer vielleicht, dass ich jetzt im Sommer bald wieder auf der Bühne stehen werde, aber jedem, der sich noch mal für kurze, knappe Filmshots und auch ein bisschen, sage ich mal, Filme, Serien, Games, Nerdgequatsche von mir noch interessieren könnte, vielleicht gibt es den einen oder anderen. Auf jeden Fall. Möchte ich noch mal meinen Twitter-Account Dr. Heiter, sein Nachbar, beziehungsweise der Name ist Bleach Trooper 7, Bleach Trooper 7, und der Name Dr. Heiter, sein Nachbar und auf Instagram bin ich als der Torben86 vertreten, wo ich auch so ein bisschen meinen Alltags-Nerd-Sampf dazugebe, über alles, was mir gerade so unter die Flossen und auf meinem iPad herum gundelt. Ja, wunderbar. Also dann hätte ich jetzt gesagt, liebe Leute, das war die Review. Schaut bei den Kollegen vorbei, bei ihren Kanälen und bei ihren Projekten, unterstützt sie fleißig, unterstützt auch natürlich den Tele-Stammtisch, sagt, was euch gefallen hat oder ob ihr jetzt vielleicht durch diesen Podcast auch dazu inspiriert seid, in den Film zu gehen. Auf jeden Fall Empfehlung von unserer Seite, schaut ihn euch an, wenn er rauskommt, am Donnerstag, also nächste Woche schon. Ja, ist kein gängiges Hollywood-Kino, aber auf jeden Fall für alle zu empfehlen. Ich sage Tschau und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, wenn wir, also wenn ich mit einigen anderen der letzte Mieter bespreche. Bis dahin. Bis dahin. Haltet euch wacke und macht's gut. Tschau, tschau. Tschau. Willkommen zur Besprechung von Drive Me Home. Ich bin Christopher und an meiner Seite ist heute Peter. Hi, grüß dich. Hi. Und du hast mal ganz kurz die technischen Daten für uns. Genau, also was wir heute zusammen besprechen, ist das italienische Drama Drive Me Home. Das ist schon 2018 in die Produktion gegangen, ging jetzt dann in die Kinos, beziehungsweise es wird wahrscheinlich nur in einzelnen Kinos erhältlich oder verfügbar sein. Das Ganze, das stammt von Simone Catania, geht knappe anderthalb Stunden, ist ab zwölf Jahren freigegeben und im Originalen heißt das Portami a casa, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Nochmal kurz dann zum Cast. Die Hauptfiguren, die werden gespielt von Vincenio Marchioni und Marco De Amore. Eine Nebenrolle hat dann auch noch Jennifer Ulrich, das ist eine deutsche Schauspielerin, die hat aber nur einen ganz kleinen Part. Ebenso mit dabei ist auch noch Chiara Muscato und Lou Kastel. Vielen Dank. Sehr gerne. Hier geht es um hier geht es um die beiden Freunde Antonio und Agostino. Antonio und Agostino sind zusammen in einer kleinen Stadt aus Sizilien aufgewachsen. Sie träumten schon immer von einem anderen Leben weit weg von ihrer Heimat. Ein Traum, der in Erfüllung gehen sollte. Heute sind die beiden in ihren Dreißigern und leben im Ausland, haben aber auch die Zeit den Kontakt zueinander verloren. Als Antonio allerdings Wind davon bekommt, dass das längst leerstehende Haus, in dem er aufgewachsen ist, versteigert werden soll, beschließt er sich mit seinem alten Freund noch einmal zusammenzutun, um sich das Haus unter den Nagel zu reißen. Doch das Leben der Freunde hat sich verglichen zu früher grundlegend verändert. Agostino ist mittlerweile Fernfahrer, er fährt durch ganz Europa und erledigt Aufträge für eine Spedition und Antonio trifft ihn dann auf einer Raststätte wieder und er widerwillig nimmt Agostino ihn am Anfang halt mit und während ihrer gemeinsamen Reise versucht Antonio die ganze Zeit herauszufinden, warum ging ihre Freundschaft eigentlich in die Brüche, aber Agostino blockt jedes Mal ab und will gar nicht, dass da ein richtiger Dialog zustande kommt. Bis dann eben diverse Ereignisse im Laufe dieser Reise dazu führen, dass die beiden sich doch wieder näher kommen und auch eine Menge Dinge ans Tageslicht kommen, von denen Antonio noch nicht wusste. Das soweit die Ausgangslage. Dieser Film hat, wie was bei so kleinen europäischen Dramen häufig der Fall ist, überhaupt gar keinerlei medialen Hype erfahren. Richtig. Von daher hatte ich überhaupt keine Ahnung, was hier einen erwartet. Ich habe halt nur diese Roadmovie-Prämisse gesehen und ich bin diesem Genre grundsätzlich nicht abgeneigt. Als es dann losging und die beiden haben sich zusammengetan und machten dann diesen Trip, hattest du da irgendwelche Erwartungen, in welche Richtung das gehen könnte? Also mir ging es eigentlich so ähnlich wie dir, weil ich bin da eigentlich völlig unvoreingenommen in den Film reingegangen. Also ich hatte kaum Informationen darüber und ich denke, da ist dann halt die Überraschung zu einem Roadmovie, Schrägstrich dann Drama, was dann im Endeffekt auch ein bisschen eindrücklicher wird, dann doch sehr gut gelungen im Endeffekt. Ja, also auf den ersten Blick bietet der Film alles, was so ein typisches Roadmovie eben braucht. Richtig, genau. Du hast entfremdete Menschen, die sich näher kommen. Du hast natürlich eine Abwechslung von dramatischen und auch humorvollen Momenten und es steuert ganz klassisch, wie Roadmovies das eben so tun, auf einen Höhepunkt zu. Richtig. Auf einen emotionalen Höhepunkt, was die Annäherung der Figuren betrifft. Und die Regisseurin, die macht das hier auf eine doch recht klischeefreie Art und Weise. Also die Richtung, in die sich die Story bewegt, das habe ich alles so nicht unbedingt kommen sehen. Und auch wenn es dann emotional wird, verkneift sie sich doch kitsch und bleibt doch recht nah am Realen. Ja, richtig. Also man ist da jetzt nicht über die Hecke gesprungen, kann ich mal sagen. Also bleibt dann doch relativ normal. Aber ich finde auch, dass es in der Form eine gute Normalität hat, dieses Drama. Also es verzweigt sich jetzt nicht in komplett emotionale Ausbrüche. Das liegt auch daran, dass halt, wie gesagt, das kennen wir bestimmt alle irgendwoher. Weil wir haben auch mal einen Freund gehabt, mit dem wir jahrelang was unternommen haben und der geht dann halt zum Beispiel auch ins Ausland, wie in dem Fall. Oder studiert oder lernt irgendwas. Und da passiert es natürlich schnell, dass man sich da entfremdet zum einen und dass man sich auch eine Zeit lang mal nicht über den Weg läuft. Und wir reden ja hier über was war es grob, glaube ich, ein Jahrzehnt, wo die beide sich nicht mehr sehen. Und dann merkt man natürlich, klar, wenn die sich das erste Mal wiedersehen, dann ist da ein gewisser Reiz, eine gewisse Spannung und die muss ja nach und nach erst mal gelockert werden. Und da finde ich auch die beiden im Zusammenspiel, also die Darsteller, auch relativ gut, fand ich. Also die waren durchweg sehr interessant dargestellt, wenn auch, sage ich mal, von vornherein nicht so sympathisch auf den ersten Blick. Das stimmt allerdings. So Antonio wirkte auf den ersten Blick so wie ein nicht gerade sehr vertrauenswürdiger Rumhänger, all den Problemen, mit denen er sich rumgeschlagen hat. Und Agostino war dann, als sie sich wieder gesehen haben, sehr kalt und sehr abweisend. Richtig. Man hat wirklich, so wie die beiden miteinander ein wenig Zeit gebraucht haben, wieder miteinander warm zu werden, so hat man als Zuschauer auch seine Zeit gebraucht, miteinander warm zu werden. Ich denke aber, das ist irgendwo auch so beabsichtigt. Man soll halt buchstäblich mit diesen Figuren auf eine Reise gehen, in dem sich eben der Blickwinkel verändert. Ja, das ist wie so eine LKW-Fahrt, kann man sagen. Also man weiß ja nicht, was einen am Ende des Weges erwartet, hätte ich jetzt mal fast gesagt. Und zu Beginn ist man vielleicht skeptisch, aber nach und nach löst sich diese Skepsis dann auch. Ja, die beiden sind einfach, die beiden haben einfach alles hinter sich gelassen und sind komplett andere Menschen, als sie es früher waren. Und da wirft der Film auch so ein interessantes Thema auf. Wenn man eben als junge Menschen, als Teenager wirklich zusammen durch dick und dünn gegangen ist und dann vergehen die Jahre, man ging getrennte Wege und man kommt wieder zusammen und man ist so komplett anders und die Frage kommt auf, was war damals eigentlich so richtig echt? Was hatte damals von den Erfahrungen von damals eigentlich wirklich Gewicht? Oder waren das einfach nur Träumereien und Spinnereien von Jugendlichen? Ja, richtig. Also als Jugendlicher, da träumt man ja, also hat man auch bei den beiden ja gemerkt, da träumt man davon, weit weg zu gehen und quasi das Leben zu leben. Weil in der Heimat, wo sie jetzt aufgewachsen sind, in diesem kleinen Örtchen namens Blufi hieß das, in Sizilien, da sind halt die Möglichkeiten begrenzt. Also man kann sich da nicht wirklich weiterentwickeln. Da geht halt ein bisschen was mit Landwirtschaft, aber das war es dann auch. Und einzige Option ist dann halt, dass halt quasi, dass man quasi ins Ausland geht oder beziehungsweise was anderes dann macht. Und da ist halt auch die Problematik. Der eine, der verschwindet von jetzt auf gleich und das hinterlässt dann auch bei dem anderen so ein bisschen ein Trauma. Und das hat im Nachgang dann schon relativ große Wirkung. Das stimmt. Er ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt, warum dieser Konflikt dazwischen den beiden da ist. Agostino verschwand eines Tages und Antonio wusste nicht genau wieso. Und da wollen wir jetzt auch nicht weiter in das Detail gehen, warum. Es wird jedenfalls auf eine sehr humane und nette und auch realitätsnahe Art und Weise aufgelöst. Also ich hätte eigentlich gedacht, das Ganze endet in einer Art nicht unbedingt Tragödie, aber ich hätte eigentlich gedacht, es spitzt sich irgendwie ein Konflikt zu, der sich dann eben brutal entlädt. Aber die Art und Weise, wie die beiden hier zueinander finden, wie das aufgelöst wird, das war einfach nicht hektisch und das war auch nicht irgendwie darauf angelegt, so viel Dramatik wie möglich aufzutischen. Und man merkt, diese Regisseurin hier, ich war mit ihr bisher noch nicht vertraut, ich hatte noch keine anderen ihrer Arbeiten gesehen. Ich denke, die wenigsten. Ja. Ich denke, die wenigsten. Die hat hier wirklich ein schönes Händchen dafür bewiesen, wie man den Zuschauer bei der Stange halten kann mit dem notwendigen Pathos und der notwendigen Dosierung an Dramatik, ohne dabei aber irgendwie das Echte aus dem Auge zu verlieren. Ja, sie sprengt da keine Grenzen, das ist klar. wie schon vorhin gesagt, man bleibt hier relativ normal. es ist so eine Ausgewogenheit, sage ich mal. Es gibt natürlich ein paar emotionale Szenen, wo ein bisschen fesseln. Dann haben wir aber auch relativ lange und weitgedehnte, ruhigere Momente. Da gibt es zum Beispiel die Szenerie auf dieser Farm. Da merkt man ja erstmal, wie dort das Leben auch ist. Also das ist relativ ruhig, gelassen, gesittet, kann man auch ein bisschen sagen. Und das ist halt komplette Abwechslung zu der ganzen Hektik, die jetzt der Antonio mit seiner Kraftfahrerei zum Beispiel hat. Also man sieht da einen richtig großen Gegenpart und im Endeffekt spüren die beiden dann auch so wieder den Bezug zur Heimat letztendlich. Ja, die Szene auf der Farm ist für mich da auch ein kleines Highlight. Vor allen Dingen diese junge Bäuerin, die Antonio ja da kennenlernt, die sich ja ganz bewusst dafür entschieden hat, diesen sehr ruhigen Lifestyle anzugehen und eben nicht das hektische Stadtleben und so weiter zu führen, die ja von Jennifer Ulrich gespielt wird. Und da erlaubt sich der Film auch ein bisschen Kommentar auf die heute, nennen wir sie mal, rastlose, wurzellose Zeit, in der junge Menschen eben leben und was die Globalisierung so mit sich gebracht hat. So, du kannst alles machen, du kannst überall hingehen, du kannst dort studieren, du kannst da ein Berufsleben haben, du kannst alle möglichen Wege einschlagen. Aber für viele junge Menschen wirkt das vielleicht manchmal eher befremdlich und sogar ein bisschen einschüchternd als wirklich befreiend. So, die meisten Menschen merkt man sehr schnell, die finden es schön, wenn sie Wurzeln haben und zu denen sie auch immer wieder zurückkehren können. Ja, richtig. Also ich sehe das ja eigentlich so wie bei mir, weil ich lebe jetzt auch eher an einem ländlicheren Ort, an einer Vorstadt und ich muss sagen, mir gefällt zum Beispiel der Trubel in der Großstadt so überhaupt nicht. Also ich kann damit zum Beispiel nicht leben, wenn ich da jetzt irgendwo eine Mietwohnung hätte und da fühle ich dann auch schon ein bisschen mit den Personen mit, also vor allem mit dem Antonio und da muss ich halt sagen, da fühle ich mich halt auch hier als jemand, der jetzt halt im bäuerlichen Raum wohnt, auch ein bisschen mehr angesprochen als jetzt andere vielleicht, wo dieses Drama sehen könnten. Ja, da kommen alle möglichen Sichtweisen zusammen. Ich meine, ich habe eine Mietwohnung in der Großstadt und ich finde es geil. Jedem so das seien, Antonio erzählt ja auch mehrmals, er hat fünf Jahre lang in London gelebt und eine Menge aufgeschnappt. Da kommen halt alle möglichen Sichtweisen zusammen. Ja, definitiv. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Der Film maßt sich nicht an, irgendeinen Lifestyle zu verurteilen. So, du hast die Leute, die schätzen das Provinzielle, du hast da die anderen Charaktere, die schätzen eben das Leben auf der Straße und unterwegs zu sein. Und der Film zeigt einfach nur Leute, die irgendwie etwas für sich Eigenes beanspruchen wollen. Sie wollen ein Zuhause, sie wollen etwas haben, was allein ihnen gehört. Aber er trotzdem kommt da nicht irgendwie dieser Holzhammer zum Vorschein, der irgendwie diesen Lebensstil verurteilt oder ganz klar sich gegen diesen Lebensstil ausspricht. Ich hatte eine Zeitung, die befürchtet, dass das so in eine Art Gesellschaftskritik am Ende hineinläuft. Und da hätte ich dann gesagt, das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ja, ja. Da sind diese leichten Anklänge, aber letzten Endes bleibt es eine sehr intime Geschichte. Genau. Also wie gesagt, der Film bleibt da an der Stelle relativ bodenständig. Also es ist ja nicht so, dass er dann hier quasi das Stadtleben verurteilt. Im Grunde eigentlich gar nicht. Letztendlich erzählt er auch die Vorteile von diesem Kraftfahrerjob. Also man muss sich ja denken, dieser Agostino, der ist ja tagelang wirklich unterwegs und der kommt an Orte, an die er sonst ja nicht kommen würde, wenn er jetzt zum Beispiel seine Heimung nicht verlassen hätte. Also er zeigt auch ein bisschen die Vorteile von seinem neuen Job auf. Und es ist ja auch relativ gut in dem Fall. Absolut. Es hat ihm die Möglichkeit gegeben, rumzukommen, eine Menge machen zu können. Genau. Es ist das, was er sich gewünscht hat, auch wenn er sehr häufig ganz deutlich zeigt, dass er mit dieser Situation nicht so ganz zufrieden ist. Ja. Alles weitere würde jetzt so sehr in den Spoiler-Bereich gehen. Es ist jedenfalls eine im Kern sehr intime Geschichte über zwei Freunde und das wie, warum, wieso, weshalb des Auseinandergehens ihrer Freundschaft und des Wiederzusammenfindens. Und er erlaubt sich halt hier und da auch noch Einblicke, wie das heutzutage ist im Leben. Ja. Junge Europäer, die so immer zwischen verschiedenen Ländern pendeln und versuchen etwas zu finden, von dem sie selber manchmal nicht genau wissen, was es eigentlich ist. Und das war eine schöne Mischung. Ja, definitiv. Da würde ich sagen, können wir zum Fazit kommen. Also ich habe ja gerade schon mein Fazit gegeben, aber zur Punktebewertung sagen wir, du kannst 0 bis 5 Sattelschlepper geben. Okay, Sattelschlepper ist auch nicht schlecht, ne? Also ich muss sagen, ich war dann relativ überrascht von diesem kleinen Drama, das jetzt nicht in die Gesellschaftskritik abgetrifft hat, wo ich erwartet hatte zum gewissen Zeitpunkt. Ich fand den Knackpunkt, also der in der Story sehr wichtig wird, wenn du den Film seht, ihr werdet es schon sehen, fand ich vielleicht etwas zu plump, etwas zu einfach gehandert, weil wir vorher eigentlich nie so recht den Bezug dazu hatten. Und erst zu dem Zeitpunkt dann den Bezug bekommen haben, also ganz relativ am Ende. Hat mir nicht ganz so gefallen, aber ich sage mal, für ein solch kleines Drama bin ich da wirklich absolut zufrieden und gebe da 3 von 5 Sattelschleppern. Ich gebe ebenfalls 3 von 5 Sattelschleppern. Unaufgeregt, sympathisch, emotional, witzig, fesselnd und dabei immer bodenständig. Also er hat jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber er hat, was so Roadmovies betrifft, seinen Zweck erfüllt und mich gut unterhalten und hat auch nicht, was so eine Art von Story betrifft, auch nicht den Rahmen gesprengt. Er hat nicht länger gedauert, als es sein müsste. Ich fand das wirklich sehr gut ausgeglichen im Storytelling. Richtig, ja. Also so ruhig wie ein LKW-Fahrer sein muss. Ja, mit ruhiger Hand das Steuer geführt und ans Ziel gebracht. Genau, mit 80 km durch Europa. Ja, bevor wir uns jetzt hier überschlagen mit den Metaphern, kommen wir zum Ende. Alles klar. Ja, wir beide sprechen eine klare Empfehlung aus, seht ihn euch an, wenn er irgendwo in eurer Nähe gezeigt wird, das ist bei dieser Art von Film ja immer nicht so ganz eindeutig und damit verabschieden wir uns. Richtig, so machen wir es, ne? Ja, drehen den Schlüssel um, sind wieder auf der Straße und sind wieder unterwegs. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TeleStammtisch. Heute mit mir, der Jens und ich bin die Anna. Hallo Jens. Hallo. Hi. Ja genau, wir haben heute ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und zwar an das Essen. Dokumentation ist ein Experiment und das erscheint am 27. Februar 2020 in Deutschland. Regisseur ist Kurt Langbein und Andrea Ernst, Kamera Christian Roth, Katha Alexandra Wedding und Drehbuch Kurt Langbein und Andrea Ernst. So, worum geht es denn da genau, Jens? Der Film ist wie gesagt eine Dokumentation und begleitet drei Familien aus Wien, glaube ich, oder zumindest drei österreichische Familien dabei, wie sie eben erst vorgeführt kriegen, wie viel Land praktisch das Essen pro Kopf pro Familienmitglied benötigt und dass es eben praktisch, wenn alle so essen würden wie wir hier, dass man dann eben zwei Erden bräuchte, um das alles anzubauen und die probieren dann, wie man, also ob man praktisch mit seiner eigenen Ernährung, wenn man die ein bisschen umstellt, diesen Flächenverbrauch eben reduzieren kann. Das ist das Experiment und wie eben halt die Familienmitglieder darauf reagieren und so weiter, genau. Ja genau und das ist eigentlich auch ein richtiger Augenöffner, diese Dokumentation, fand ich. Ja, da waren schon auf jeden Fall einige Aha-Momente so. Was hat dich da eigentlich am meisten beeindruckt an der Dokumentation? Also erstmal fand ich sehr gut visualisiert, auch gleich am Anfang, also der Einstieg war sehr gelungen, wo eben praktisch dieser Flächenverbrauch da wird mal praktisch, also wir sind beim Deutschen pro Kopf ungefähr oder Österreich ist glaube ich da. Der wurde glaube ich ja auch für diese Dokumentation extra angebaut, dieser insgesamte Flächenverbrauch. Dann wurde das 4.700 Hektar oder so. Ja, Quadratmeter. Oder ne, Quadratmeter. Quadratmeter und dann wurde da noch aufgeteilt, was Inlands ist, was Ausland ist, was von den Tieren gefressen wird tatsächlich und die wir dann wieder rum essen sozusagen und was eben, genau. Und das war schon echt erstaunlich, was da rausgekommen ist. Also ja, wenn jeder so essen würde, wir bräuchten eine zweite Erde. Wir brauchen eine zweite Erde eigentlich jetzt schon. Was ich auch irgendwie erstaunlich fand, irgendwie zum Beispiel, was für einen krassen Unterschied es macht, also Avocado wusste ich, dass es ein bisschen speziell ist, dass man darauf achten soll, wenn man das essen möchte, wo man das herbekommt sozusagen und da ist der Unterschied, wenn man es aus Europa bezieht, also wenn es praktisch mit einem PKW oder so oder einem Zug halt transportiert werden kann, ist es glaube ich so 0,6, was war die Maßeinhalb Tonnen, CO2, keine Ahnung, nee, ich glaube weniger, Kilogramm wahrscheinlich. Finde ich dann so ein bisschen lächerlich, die Bio-Avocado. Ja klar. Nee, und das war dann eben praktisch auch, dass es egal ist, wenn es Bio ist, wenn es halt praktisch irgendwie über um halb einen Kontinent geschifft werden muss, dass eben dann jeglicher Bio-Effekt verpufft ist, also dass es dann trotzdem furchtbar ist von der Umweltbelastung. Ja, auch der Wasserverbrauch, die so eine Avocado, der hat ja das im Vergleich gehabt, eine riesengroße Avocado, die halt viel Wasser verbraucht hat und dann so ein kleines Rosinending daneben. Das ist halt fast... 400 Liter Wasser für eine Avocado. Das ist halt abartig. Das ist schon hart. Ja. Aber dann wurde auch gezeigt, das war auch geil, also auch von den Bildern sehr beeindruckend, wie zum Beispiel gerade in Brasilien oder was war es noch, Malaysia, wegen Soja oder wegen Avocado-Anbau oder was halt gerade sonst so boomt. Genau, Palmöl war es auch. Dann halt so ganz krass Wald einfach brandgerodet wird und dann halt über ein paar Jahre, solange es halt geht, Monokultur und das dann meistens auch noch mit Pflanzengiften, wo dann halt nichts anderes mehr wächst. Ja. Das wird dann halt so hochgejagt und dann von irgendwelchen Wanderarbeitern unter ganz prekären Umständen irgendwie geerntet. Die sind auch alle, die probieren sich mehr schlecht oder recht gegen die Gifte wieder zu schützen. Das ist ganz krass und nur damit man halt hier irgendwie möglichst billig sein Zeug bei Lidl oder im Discounter kriegt. Ja, das war schon ein bisschen arg erschreckend. Die ganze Weise, wie damit umgegangen wird, ist halt einfach unfassbar widerlich und ekelhaft. Aber was ich auch sehr geil an dieser Dokumentation finde, die zeigen auch eine Lösung, wie man damit, wie man da gegensteuern kann. Dass man halt dann zum Beispiel regional ist, dass es Kochkurse gibt und worauf man halt einfach achten muss. Also es ist halt nicht mehr, ich will jetzt nicht da wie so eine grüne Aktivistin rüberkommen, aber es ist nicht mehr, wie man essen sollte, sondern wie man eigentlich essen muss, weil wir haben bald keine andere Wahl mehr. So sieht es aus. Also man kann, also das wird auch, das fand ich auch, da habe ich extra nochmal zurückgespult, obwohl da die Bilder gerade echt hart waren. waren, da haben sie so halt industrielle Schlachtungen gezeigt. Jetzt auch nicht so, wie man es jetzt aus irgendwelchen so Veganer-Dokus kennt, so Abschreckende, aber trotzdem, das war einfach nur ganz nüchtern gezeigt und das ist schon wirklich nicht geil, wenn man da sieht halt, wie die Schweine da rumbaumeln mit offener Kehle und was weiß ich. Und da kamen aber gerade die Zahlen, dass wir glaube ich jetzt aktuell, also die Menschheit im Durchschnitt viermal mehr Fleisch isst als vor 150 Jahren und doppelt so viel wie vor 50 Jahren. Was ich dann wieder als ganz gutes Gegenargument fand, weil das kommt ja oft also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay ich probiere mich mehr vegetarisch oder vegan zu ernähren, dann kommt ganz oft so, ja aber das ist Tradition hier, dass immer Fleisch gegessen wird, aber so viel Fleisch wie gerade gegessen wird. Es war noch nie Tradition. Das war noch nie so. Das ist einfach pure Dekadenz. Eben und dann, also ich finde das ist immer so ein Pseudo-Argument und das ist halt der Gegenteil ist der Fall. Also so viel Fleisch hat man nie gegessen, also so viel war nie verfügbar auch. Ja, es war auch lange, lange, lange Zeit die Medien und jetzt nicht Propaganda, sondern das Marketing war halt einfach, du bist ein richtiger Mann, wenn du ein Stück Fleisch isst, das zu beiden Seiten über den Teller hängt oder du bist, Milch ist gesund und... Ja, ich denke, das war halt auch so, weil das früher nicht verfügbar war, war es dann halt irgendwie so Luxus. Weil es halt früher nicht so verfügbar war, da war ja so ein Stück Fleisch und eher hat man es sonntags gekriegt und das hat dann eventuell auch nur der Vater gegessen oder wie auch immer und dann war es halt erstmal jetzt so, denke ich, in den 70er Jahren und so weiter war es halt einfach ein Luxus, einfach gefühlter, dass man jetzt zu jeder Mahlzeit eigentlich Fleisch bekommen hat und es tiefkühlen konnte und so. Das fand ich zum Beispiel im Film auch wieder krass, wo der ganze Pangasius herkommt, das dachte ich eigentlich, ja, ja geil, ab und zu mal Fisch, denn Pangasius mag ich tatsächlich selber auch und der wird halt auch total unter ganz krassen Umständen in Vietnam in irgendwelchen Fischfarmen produziert, wo auch wirklich nicht überprüft werden kann, was die da zufüttern, was im Wasser ist und so weiter und so fort. Also praktisch, man macht es sich da als Konsument auch einfach, dann geht man halt irgendwie in den Rewe oder in Aldi oder wo auch immer hin und kauft es dann tiefgekühlt, dann ist vielleicht noch irgendwo irgendein so gute, wie sagt man, irgend so ein blödes Siegel drauf, ja, ist jetzt nicht unter aller furchtbarsten Umständen produziert worden, aber im Endeffekt Ja, wurde nur ein bisschen gequält, nicht ganz. Aber dann wird es trotzdem noch um die halbe Welt geschifft und so weiter und deswegen auch die ganze Zeit gekühlt, anstatt dass man halt mal guckt, also tatsächlich habe ich jetzt aber auch keine Ahnung, wo ich in Stuttgart regional mir Gemüse kaufen könnte oder so, ohne dass ich es jetzt irgendwie gleich im Reformhaus kaufen müsste, wobei es halt eigentlich sinnvoller ist, also wirklich. Ja, ich denke, es gibt schon viele Möglichkeiten, einfach regional zu essen. Ja, oder auch sich ein bisschen tatsächlich einfach informieren, was ist jetzt eigentlich gerade Saison? Ja. Einfach sozusagen. Und dann, wenn man das kauft, dann muss es schon nicht um, wie gesagt, aus Australien oder sonst woher importiert werden, weil es auch hier wächst und dann ist schon viel, viel weniger Umweltabdruck sozusagen. Ja, auf jeden Fall immer regional kaufen und ich meine, im Winter braucht man jetzt auch keine Tomaten. Das zum Beispiel. Oder halt keine Erdbeeren oder so, keine Ahnung. Genau, oder Erdbeeren. Im Winter ist halt völliger Blödsinn. Und ja, gut, aber wir schweifen jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen ab. Es geht ja um den Film. Ja, aber das war nicht so tatsächlich, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist. Ja, genau. Also ich fand, der hat schon was bewirkt bei mir, muss ich sagen. Ja, bei mir auch. Also ich mache mir auch schon länger über diese Sachen Gedanken. Aber ich fand es halt dann einfach auch gut, dass sie diese Lösungsansätze gemacht haben. Auch dieser Käse-Mensch, der da diesen Käse gemacht hat. Und auch die eine Mutter hatte ja so eine Tochter, die war Veganerin. Genau. Das fand ich auch geil. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Die Dialoge zwischen den Familienmitgliedern. Ja, aber ich möchte ja jetzt nicht komplett auf Fleisch verzichten. Oder das ist ja noch keine vollwertige Mahlzeit, wo sie dann im Kochkurs sind. Ja, genau. Das kenne ich auch alles genauso. Warum muss dieses Stück Fleisch jetzt Leberkäse heißen? Da die Diskussion hatte ich auch schon mal mit meinen Eltern, weil ich mir halt da von Rügenwalder mal diese Schinkenspecker gekauft habe. Natürlich will ich, dass es Schinken heißt, vegetarischer Schinken, weil ich esse Schinken einfach unfassbar gerne. Und wenn da Schinken draufsteht, dann weiß ich, aha, es schmeckt in die Richtung. Es ist die Art. Es ist natürlich nicht hundertprozentiger Schinken. Und vor allem gerade Leberkäse. Leberkäse ist ja auch ein perfektes Gegenbeispiel, da ist ja weder Leber noch Käse drin. Ja, genau. Und außerdem sollen sie da Sojapampe mit ein bisschen Bohnen draufschreiben. Das hört sich halt kacke an. Ja, eben. Das hat halt noch keine, nicht unbedingt immer sofort ein besseres Wort parat. Also ich koche auch tatsächlich ab und zu vegan und so. Und da mittlerweile, also am Anfang habe ich es immer so gemacht, dann habe ich es halt Bratensauce genannt oder Frikadelle oder so. Ja. Und mittlerweile schreibe ich dann halt tatsächlich Bohnen, Pilz, Mandel, Frikadelle statt Fleischbüchle oder Fleischpflanzer. Hört sich aber auch gut an. Und dann Röstgemüseschü statt Bratensauce. Und dann fragen auch immer alle, hä, was ist das? Und dann Eiersauce, alles klar, fertig. Ja, gut. Aber so über den Namen, da muss man sich auch nicht streiten. Und ich finde halt einfach auch die Kochkurse, die sie da gezeigt haben. Die Mutter hat ja dann ein komplettes Umdenken in dieser Dokumentation gehabt. Zuerst hat sie ihre Tochter belächelt und dann, haha, ja. Ja, genau, genau. Das fand ich auch stark. Und die Mutter, äh, und die Tochter hat sich nicht beirren lassen und hat dann gesagt, ja, Mutter, du weißt das bestimmt besser. Und dann hat sie halt einfach auch diesen vegetarischen Kochkurs, also diesen nachhaltigen Kochkurs gemacht. Genau, genau. Und dann hat sie erst einmal gecheckt, ja, man muss halt ein bisschen anders kochen, aber es schmeckt auch super gut. Und dann hat man so die Verzweiflung auch von dem Vater im Supermarkt gesehen, so, ja, kaufen wir dann noch was zu grillen? Nein. Ja, aber es ist halt einfach wichtig. Es kommen extrem viele von diesen Dokumentationen einfach raus. Und ich finde es auch umfassbar wichtig, dass diese Dokumentationen draußen sind. Wir haben jetzt, letztens habe ich mit der Eva Butenland oder Butenhof, nee, Butenland noch besprochen. Und auf Netflix kommen jetzt sehr, sehr viele Dokumentationen raus. Einfach, dass man da auch so ein bisschen mitdenkt, was da gerade passiert. Und das finde ich... Der ist ja auch für oder von der Arte oder für die Arte produziert worden, wenn ich richtig klicke. Und ich denke, also vielleicht ist der dann in der Mediathek vermutlich irgendwann auch abrufbar. Und dann, also mit denen könnte man zum Beispiel super im Unterricht irgendwie angucken. Ja, werde ich auch einer Freundin empfehlen, die die Lehrerin ist, soll sich das mal bedenken. Ja, um da mal den, genau, um den Bogen zu schließen, irgendwie, ich dachte ja auch am Ende, das war auch wieder toll visualisiert. Ich glaube, wie lange, ich glaube so zwei, drei Monate oder so, probieren sie das aus mit der Ernährungsumstellung und besser einkaufen sozusagen. Und dann rechnen sie praktisch mal alles runter. Und dann wurde das halt auch gezeigt, anhand von diesem Feld, wie, also die haben dann fast praktisch das halbiert. Ja. Also ich glaube, alle drei Familien. Und das wurde dann auch super dargestellt und auch wie es sich dann verteilt hat, dadurch, dass sie weniger Fleisch gegessen haben, ist halt dadurch schon extrem die Fläche geschrumpft. Mhm. Und halt im Endeffekt, also ich fand es einfach schön dargestellt, also nicht nur so, ja, wir sollten weniger Fleisch essen, sondern das passiert, wenn man weniger Fleisch isst und so weiter. Das fand ich geil. Ja, genau. Also ich fand es auch toll, dass sie da dieses Feld auch, ich glaube, die Produktion hat schon ein paar, ein, zwei Jahre gedauert, weil das Zeug muss ja auch, das Zeug muss ja auch wachsen und gedeihen und da müssen sich Familie bereit erklären, das auch durchzuziehen. Und da haben sie halt einfach auch auf dieser Fläche einfach viel Mais angebaut, weil Mais einfach so der Grundnahrungsmittel von den Tieren ist. Ja, genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie das mit dazu gezählt haben, wo das Tier lebt drauf, oder? Das kam jetzt nicht mal, nee, nee, ich glaube, bei der Avocado hatten sie das vorgerechnet, aber bei Rindfleisch war es ohne Transport. Ja, okay. Und da ist Rindfleisch halt schon das krasseste vom CO2-Ausstoß, wenn man ein Kilo Rindfleisch produzieren will. Ich glaube, das sind auch mindestens 1000 Wasser pro Kilo Rind. Das haben sie aber nicht hochgerechnet in dem Film. Aber man kann sich das vorstellen, wenn es dann noch aus Argentinien kommt, dann ist es halt noch viel krasser von der Umweltbelastung. Ja, ich finde es auch so krass, dass auch eine Avocado so viel Wasser schluckt. Ja, also da, das war auch noch auf jeden Fall bei Avocados drauf achten, dass die aus Europa kommen und nicht irgendwie über den Ozean müssen. Ja, genau. Und ja, sie haben auch dann so einen Tipp gegeben, zum Beispiel, wenn man Tofu isst, dann Tofu aus Österreich, weil die haben jetzt auch schon eine ganz schön florierende Tofu-Anbau. Ja, Anbau. Oder halt Soja-Anbau. Wobei tatsächlich Tofu finde ich immer sehr abschreckend oder so, aber man kann eben auch, was sie dir auch sagen, mit Hülsenfrüchten, die haben sehr viel Eiweiß. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt nicht auf Fleischprodukte verzichten wegen Eiweißgehalt oder so, das ist Quatsch, das kriegt man ganz locker in vegetarisch und in vegan. Ja, natürlich, weil das Tier ist ja nur ein Mittelsmann. Woher kriegt denn das Tier das Eiweiß? Und das hat mal der stärkste Mann, da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich aus der Netflix-Doku raus, da hat der stärkste Mann der Welt ist Veganer und dann hat jemand zu ihm gesagt, hey, du bist stark wie ein Ochse, warum isst du kein Fleisch? Und dann schaut er ihn an, hast du ein Ochsen schon mal Fleisch fressen? Ja, eben, da braucht es auch kein Fleisch, so sieht es aus. Ja, also Tiere sind eigentlich nur Mittelsmänner für die Eiweiß und man braucht es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, es schmeckt gut und man ist es halt einfach, die Geschmacksnerven sind halt sein ganzes Leben lang auf diesen Fleisch gewohnt und ich kann das auch verstehen, wenn man Fleisch total gerne isst und dass es schwer fällt. Ja, es gibt ja auch Flexitarier, die dann sagen, okay, ich ernähre mich grundsätzlich vegetarisch oder vegan und ab und zu hole ich mir dann tatsächlich mal so ein krasses Fleisch vom Bauernlokal oder sowas. Weißt du, wenn man es gar nicht anders aushält, dann lieber sowas. Es muss ja keiner perfekter Vegetarier oder Veganer sein, sondern einfach halt gucken, wo kann man selber drauf verzichten und da vielleicht auch mal ein bisschen was ausprobieren, bevor man gleich sagt, nee, Tofu mag ich nicht oder so und halt mal gucken, was gibt es noch für Rezepte, was ist vielleicht geil, vielleicht mag ich Falafel irgendwie oder sowas. Ja, genau, experimentieren und ganz wichtig finde ich immer bei diesen Diskussionen, dass es so ein Streitthema wird, will ich nicht. Ja, es muss halt nicht so militant sein. Ja, genau, es darf nicht militant sein und das ist auch der Film überhaupt nicht. Ich meine, die Tochter ist zwar vegan, aber die hat jetzt nicht irgendwie ihre Mutter Vorwürfe gemacht oder sonst irgendwas. Das war halt einfach so. Die Mutter war ja dann im Kochkurs und wurde dann überzeugt zu sein. Es wurde dann mal gezeigt, okay, man kann es auch so und so kochen. Das war dann diese vegane Carbonara, die sah tatsächlich nicht so richtig geil aus. Ja, aber hat... Immerhin, also wenn die es so kocht und bereit ist, ihre Familie fortzusetzen, die haben... Das fand ich auch nett. Die haben eh keine Wahl. Die haben das Essen, was auf den Tisch kommt. Das kommt heute auf den Tisch. Punkt, fertig. Ja, also das ist doch... Aber man sieht halt am Ende praktisch so kleine, also relativ leichte Umstellung, was das für einen krassen Unterschied machen kann. Und da kann man dann nicht sagen, das ist zu viel verlangt oder ah, das ist so Öko-Scheiße oder links-grün versift oder so. Das ist einfach nicht zu viel verlangt. Genau. Da bin ich ganz deiner Meinung. Sollen wir doch Punkte vergeben? Ja, kann man gerne, also kannst du gerne machen. Mache ich auch. Wie viel vergibst du? Also es ist ja immer zwischen 0 und 5. Ja, immer nur noch 5. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt nicht die perfekte Doku gewesen, aber es war schon richtig, also mich hat es abgeholt. Ich fand es toll gemacht alles. Also ich würde 4,5 Punkte vergeben, wobei ich jetzt nicht genau wüsste, wo ich abziehen soll. Ja. Nee, komm, dann machen wir doch 5. Das war gut. Das war perfekt. Das für das Thema war das optimal. Ja, fand ich auch. Und ich gebe eigentlich auch 5 Punkte, weil auch wenn es nicht die perfekte Doku ist, aber es ist eine Doku, die man sich unbedingt angucken muss. Ja, genau. Und es spart sich ja auch nichts aus. Also gerade wird auch dieses Industrielle dargestellt, ohne es dann gleich zu verteufeln. Einfach so, so sieht es halt aus. Kommt man damit klar? Möchten wir das? Genau. Und wenn man halt Fleisch weiter ist, sollte man auch solche Dokus angucken. Früher wusste man auch, aha, wenn ich jetzt schieße mit meinem Pfeil auf dieses Rind, dann fällt es tot um und dann esse ich es. Und heute, ah, das Fleisch wächst nicht auf den Bäumen. Es kommt auch nicht verpackt auf die Welt. Deswegen ist es halt einfach wichtig, sowas zu gucken. Und selbst da gibt es noch Unterschiede zwischen Massentierhaltung und dann halt Bio-Bauerhöfen. Ja, genau. Naja, also auf jeden Fall sehr empfehlenswürdig. Dokumentation. Ja, finde ich auch. Hast du noch was zu sagen? Nö, ich bin auch soweit durch eigentlich. Ja, gut, ich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Applaus